Ich schneide das weiter rein, ich fang einfach da rein Ich schneide das leider rein Nein, 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 nein Oh doch, ich hab aufgenommen und das wird doch sowas von reingeschütten, wie du die Aufnahme sabotiert hast, Manu Wie ich die Aufnahme? Du bist gequittet! Achso übrigens, Red, du kannst hier drinnen in der Lobby die Anmod machen Ich weiß Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Golfit, der zu der ersten Folge von Golfit auf meinem Kanal Man hört schon, Mikey ist dabei, ihr seht auch schon im Bild schon, Manu und Neil sind auch dabei Wieso hast du eigentlich einfach einen Baum, Neil? Nur um kurz zu sagen, Neil ist grad noch ein bisschen krank, deswegen entschuldigt bitte Nils Stimme Ich bin grad absolut schlecht gelaunt Ich habe mir einen Laptop gekauft, der ist eigentlich, wäre der am Montag angekommen Wie erzählst du die Story nochmal? Ja, natürlich muss ich die nochmal erzählen Ah, hi man Und ich hab mir heute, ich hab seit heute um Wir sind ein Paar Oh mein Gott, Alter Ich habe heute um ca. 13.30 Uhr angefangen Diesen Laptop einzurichten mit Windows und allen Sachen Und so Sachen installiert Und jetzt, als ich von Minecraft installieren wollte Hab ich geguckt und dann fällt mir auf, ja da ist Fehler aufgetreten Dann guck ich so nach Die ganze Zeit irgendwelche Fehler, ich kann nichts mehr runterladen Denk mir so, hm, woran könnte das jetzt liegen? Boah, tut mir leid, ich bin einfach übler Und dann hab ich halt festgestellt LOL Mach mal einen Viren-Scan Und ich hab einen Trollianer Was? Ja, let's go Und der Laptop war neu Und ich weiß nicht, wo der herkommt Ich hab nur Discord Nur Discord runtergeladen Steam und Epic Games Und so ein paar andere Sachen noch, die ich brauch unterwegs Ich weiß nicht, wo der herkommt Ich weiß nicht, wo der herkommt Deswegen muss ich jetzt nochmal meine Festplatte komplett platt machen Oh, Junge Ey, ich spiel jetzt, ich spiel jetzt zum ersten Mal Der Schlechteste Also wir alle spiel jetzt praktisch zum ersten Mal Wir spielen jetzt alle hier zum ersten Mal Wow, ich hatte das Spiel bis jetzt noch nie offen Ihr habt wenigstens eben gerade in Runden gespielt Ich auch nicht Nein, haben wir nicht Wir haben grad Du hast endlich schon eine Runde gespielt Ja, wir waren grad in der Runde Wir hatten angefangen und dann ist gerade Manu rausgegangen, weil du gekommen bist, Alter So, ich hab ja mal der Scores hier angemacht Ich hab ja mal der Scores hier angemacht und kann das die ziehen Och nein, jetzt ist das wieder Ohhhh Was kann man auch Ja, abgehört Hole in one BAM Was? Komm, komm, gut, auch komm, Nini Ach Nini Eigentlich kein Bock mehr, ne Was ist das denn? Ja Hallo, Mann Ich warte jetzt einfach Ich akzeptiere das jetzt nicht, dass ich hier nicht in 3 2 reingekommen bin Ja, Nihil, du musst Manu helfen Ja Okay Oh mein Gott, Alter Ja, spick ihn weg Mach ihn weg Jawoll Ja Ihr könnt euch auch mit F zurücksetzen an die Position, wo ihr wart Warten, warten 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 Ch saben Wie ging das denn? Redville, magst du mich reinschubsen? Hey, ich hätte dich reingeschubst. Ja, danke! Oh mein Gott! Achtung, meine Güter. Oh mein Gott, das ist richtig. Nein! Das hat ein Only One geben können. Ja, das war voll gut von uns beiden. Ich hab ein bisschen Angst, dass die von hinten jetzt einfach reinspassten. Oh. Nein! Hallo! Ach Neil, wieso nicht ins Loch? Danke. Oh, Alter! Was? Ich bin doch hier im Meer. Also im See, im Wasser einfach. Ja, Neil, nächstes... Digga, was passiert hier? Darf ich mich überwägen? Oh, fuck! Oh, Alter! Wo ist der denn? Ja, Neil! Jetzt perfekte Chance! Was? Ja, perfekt, Digga! Ah! Ah! Oh ja, volle Karacho, Alter! Bam! Holy Shit! Oh mein Gott, was? Red bleibt... Oh, Mann! Ich wollte nicht reinschlagen. Tschüss! Oh, Alter! Sohn! Wo ist denn das Ziel? Jetzt gautet er selbst! Ich bin im Ziel, also fast. Aber in einem anderen, glaube ich. Im alten Ziel. Ja, zählt das? Tilt das? Nein, Tilt das nicht. Ach, schade. Ach, was war das denn? Ich kann das halt noch absolut nicht einschätzen mit der Kraft, wie hart man schlagen muss. Ist so. Ich kann das ganze Spiel nicht einschätzen. Oh, wow! Red! Also, dieses Lachen kam auch von Herzen, ey! Okay, Miking, Alter! Bitte! Oder nicht? Neil, bitte! Oh mein Gott, ich wollte dich treffen! Krass, Alter! Ja! Ja, ich glaube auch nicht! Da die Aufmerksamkeit jetzt voll bei mir liegt und ich jetzt reinmache... Ja! Ja! Ich wollte eigentlich nicht nacken! Oh! Das sieht wirklich nice aus! Oh! Oh, hi, Manu! Oh, hi, Manu! Wir sind immer irgendwie am selben Mod! Ja, das war gut! Ja, wir sind halt ein Paar! Oh! Ja, stimmt, wir sind ein Paar! Wurde schon früh definiert! Nein, nicht! Verpiss dich bitte! Verpiss dich! Oh! Das war close! Warum brauchten wir so lang? Oh, scheiße! Ich bin zu weit gefunden! Ja, tut mir leid hier! Aber... Okay, schnell weg! Für, bevor die Psychopathen kommen! Na, was soll das denn?! Nein! Ja, die reizt auch nicht! Oh, scheiße! Warte kurz! So! Ah, Miking hat auch sechs Schläge! Oh, meine Güte! Ja, jetzt dann gleich wieder wahrscheinlich! Oh, ne! Oh Gott! Oh, Eimer hat mich geschlagen! Oh mein Gott! Was?! Ja, das war... Leider, wir haben gleichzeitig geschlagen, Manking! Ach so! Boah, ich bin ins Wasser gefallen! Ich bin so behindert! Wie komme ich raus hier? Gar nicht! Gar nicht! Aha! Kann man eigentlich mit wer als den noch steuern? Oh! Nein! Oh nein! Hahahaha! Hahaha! Ja! Ja! Oh, komm! Mann, ist das ein Scheißspiel! Ja! Ich hab... Was?! Hast du das gesehen, Ned? Och nein! Was?! Was?! Mich hat das Anfänger zurückgesetzt, weil ich doch nicht gehalten bin! Ja, natürlich, weil du... Nein, ja, weil du noch nicht angehalten hast! Was?! Wollen wir die Aufnahme beenden? Warum? Ist doch los gut! Ja! Eis Op! Er hat einfach geschafft! Mann, Red, Alter! Hahahaha! Du hast schon wieder von hinten! Hahahaha! Du hast die wenigsten Punkte! Oh! Eis Op! Oh! Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Nacken! Oh! Das war close! Ach komm, Alter! Hahaha! Geil! Auf mir ist... Möchte ich sagen... Ähm... Ich weiß nicht, ich bin gut! Lernt es einfach! 12 Punkte, ja! Hahaha! Scheiße, ich bin... Ich bin second! Hehehe! Warte mal, Alter! I don't know! Oh mein Gott! Was sieht lustig aus? Boah, tu mal leid, ey! Ist ganz schlimm heute! Sag mal, was hast du heute gegessen? Ja, ein Bananen-Shake! So ein Liter! Bananen-Shake! Ja, ein Bananen-Shake! Ja! Alter! Ja, Neil! Mann! Mann! Warte, ich booste dich! Warte! Boah! Das hat sogar geklappt! Boah! Das hat sogar geklappt! Boah! Boah! Muss Manu oder ist noch ein Start? Okay, easy! Ja, ja, also äh... Ich will noch paar Punkte sammeln! Ja, ja, klar! Wenn wir nicht mehr Erste sein! Ja? Bist du nächste Woche auch dabei zu Manus Geburtstag? Also Geburtstag? Meins! Manu hat nächsten Mittwoch Geburtstag und ich treffe mich da mit den Jungs! Scheiße! Ja gut, das wird jetzt schwierig! Ich bin da in den Ferien! Ja, ich auch! Bei ihr hier! Es sind nur noch neun Punkte! Oh mein Gott! Skillshot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Was mache ich denn? Nein! Ich hatte es mit einem Ding jetzt geschafft, aber ich war einfach so scheiße, dass ich einfach so schwach geschlagen habe nur! Ich mache immer zu hart! Ich mache immer zu leicht! Doch! Nein, Alter! Können wir kurz darüber reden, dass Meiking ein männliches Date hatte? Stimmt gar nicht! Letzten... 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 Wo ist mein Handy? Ich brauche mein Handy! Nein, hast du das? Nein! Ich brauche mein Handy! Für euch ist das hier eingeblendet, Leute! Ich habe mit Meiking einen Aufnahmetermin gehabt, ja? Und Meiking hat mir geschrieben, ja, mein Date kommt eventuell noch mal zu mir! Ich so, okay, dann halt nicht! Oh, Junge! Dann habe ich Meiking am Abend noch mal gefragt, ja, wie sieht denn aus? Und er so, ja, ich habe gerade noch einen Freund von mir da! Ich so, hä? Hast du nicht gesagt, dein Date kommt? Und er schreibt aber jetzt so einen Row von sich da! Ich denke mir so, hä? Es war übrigens mein Mod, der bei mir war! Äh... Ja, umso schlimmer! Okay! Ich verstehe nicht mehr... Arbeitsverweigerung und so hat er betrieben! Oh mein Gott! Die Brücke sieht instabil aus, irgendwie! Hi, Manu! Wie ist es instabil aus, Alter? Hi! Oh nein! 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 Jetzt hast du perfekt Position! Pole Position! Du musst richtig hart schlagen! Geil! Danke! Er wollte mich so raus, als du nicht weißt! Könnte das Loch? Geh mal in das Loch, Nil! Nein! Da kommt man, da kommt man raus! Da bin ich reingegangen! Da kommt man oben rein und da ist man dort fast auch genau ins Ziel reingegangen! Das war richtig krass, Alter! Du hattest das nicht gesehen? Alter, wie wurde das Kröllo? Ja! Ich habe alles erreicht im Leben! Du bist nur schlechter sein, äh, besser sein als ich! Danke! Neil, was war das denn? Ich wollte wissen, was aus... Ist dort zu? Oder wieso? Ihr seid solche Schweine! Danke, Red! Oh nein! Oh nein! Schuhe mir leid, Red, wollte ich nicht! Warum bist du... Warum bist du... Warum bist du... Oh, danke, Nil! Oh mein Gott! Das war so dämlich! Ich hab's gesehen! Oh, Alter! Den ten dämlich, Alter! Nein, Red! Du bist ein... Wahnsinn, Alter! Du bist so ein scheiss Schatz! Ich habe einen neuen Spitznamen für Red! Raging Red! Raging Red, Alter! Mann, ich... Ich raste aber auch... Ich schlag immer viel zu hart! Oh mein Gott, this is close! Mein... 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 Ich weiß... So... Nicht so hart! Aber nur so halb... Hört, wie im Hintergrund der Schall von seinem Schrei, Alter! Das müsste ich meine Nachbarn denken, die standen letztlich schon immer vor der Tür meint, so... Also ob... Oder mir könnte man das... Neugassen-Zikel-Ziel! Ja, das wollte ich nicht... Das erreich ich! Nein, ich hab's nicht erreicht! Ach, komm, Alter! Das ist so... So ein Witzmann! Jetzt ganz fein! Boah! Wer war das? Äh... Red! Äh... Red! Ach, was ist das denn für... What? Mann! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Oh shit! Ja, das reicht nicht! Das reicht nicht! Oh Red! Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hätte mich runtergefallen! Nein, ich auch! Oh Gott! So... So... Feinde! Da... Wo ist Niel schon wieder? Weiß er nicht... Er rum beim Arsch! Äh, ITERIAT! Ja, liebe Niel! Oh... Was hast denn, Alter? Hätte ich bitte als Gepli... Einfach... Aber mit Sound! Ohne Sound wird's ja keinen Sinn machen! Stimmt! Alter! Oh mein Gott! Manu! Oh mein Gott, Junge! Bitte schön! Wer hat mich geblockt? Danke! Danke, mein King! Warte, Manu! Ich versuch dir helfen! Ich versuch dir helfen! Doch, 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 doch! Du schlägst es einfach einmal ganz feste... Und genau! Und bringst mich rüber! Danke, Niel! Nein Problem! Hab ich extra gemacht! Cool! Wer will mich boosten? Oh mein Gott! Was? Yo, Manu! Viking, ich booste dich einmal, Alter! Boah! Ja! ITERIAT! Bam! Wieso hab ich ein Hole in One bekommen? Ja, weil du mit einem Zug rübergekommen bist, weil du überboostet wurdest. Das ist eine übelst gute Kette gewesen! Ja, ich hab dich geboostet! Mein King hat mich geboostet! Und Niel hat mein King geboostet! Und wer hat mir geboostet? Niemand! Du bist dritter! Ah, ne! Wir sind zusammen! Ich bin dritter! Lass mir meinen dritten Platz! Tu mal leid, Alter! Ja! 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 Albatross, Junge! Albatross? Ja, bitte, halt! Einfach! Danke dir, Niel! Danke, Alter! Das ist aber auch so ein Scheiß! Ich grüße meine Papa! Nein, jetzt fängt der wieder an! Oh mein Gott! Ja! Du alt eingeloggt! Oh mein Gott! Niel, Alter! Achumme! Ja! Ich bin auch Zweiter! Ich hasse es jetzt einfach! Ja, komm! Ich... Kann ich noch... Ja, aber jetzt hast du, ne? Ey! Ey! Nur so, Manu! Nur für den Druck! Du warst noch nie über 10, ne? Herr Niel, auch nicht! Wie kann denn Niel so schlecht sein? Ich bin der einzige, der über 10 war! Ach komm! Ich... Mann, das geht doch nicht! Ja, mach bitte über 90 Schläge! Dann sind wir Erste! Na! Oh Gott! Ihr habt noch 51 Sekunden, Leute! Ah, das geht doch! Hallo? Ja! Ich weiß, wo du vermutzt! Ich weiß, wo du vermutzt! Ich weiß, wo du vermutzt! Bitch, schläft! Bitch, schläft! Ich weiß, wo dein Klo kam! What? Das würde ich auch nicht wissen! Und zwar auf der Müllhalde! Ich hoffe, das dauert ein bisschen länger, bis mein Klo auf die Müllhalde kommt! Ich sag eine positive Sache! Du hast weniger Schläge als ich! Echt? Ja! Oh mein Gott! Ihr hättet seit den 17 Schläge bekommen! Du meine Güte! Oh shit, Alter! Wunderdacht! Ja! Das war ein Rekord! So Leute, das war's mit der Folge! Ich hoffe, ihr hattet schon was dazu sehen! Lasst gerne ein Like und ein Abo da! Und dann würde ich sagen, schaut bei meinem Klo vorbei und hau da rein! Ciao! Tschüssi! Zusch appeljuan! Wuschtest du denn auch nicht? Es geht gut, dass hab' ich! Gut, dass hab' ich! Es geht gut, dass hab' ich! Gut, dass hab' ich!